Hallo. Hier bei Waggon widersprechen. Schon lange nicht mehr unterwegs, weil viel weg gewesen. Weil ich war heute Erdangeberg gegen mein Anfang. Hab ich schon gerade gesehen, diese Lieselad, große Lieselad sich schon drehen. Hallo. Servus, wer bist denn ja du? Was bist denn du für ein Chinesenbeidl? Was meinet du mit Chinesenbeidl? Ich bin keinet wie ein Beidl. Ja, was machst du denn? Das gibt's doch gar nicht. Du bist jetzt zippert. Weil ich nicht deppert bin. Was deppert? Weil du so blöder Sack bist. Was machst du denn da überhaupt noch? Gehst du wieder zurück nach Shanghai oder woher kommst du? Ich komm in Shanghai. Ich komm in Shenzhen, Globid. Denn immer noch größere Stadt als deine verkackten Nürnberg oder Elangen. Also, ich geh auf Benzlinge einmal. Jo, mach des. Servus. Jo. 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 Jo.